Ha! Du bist erledigt! Schätzchen, du hast jetzt das Sagen. Ich brauch Urlaub. Bye! Willkommen im Squid Game. Wir bleiben in Kontakt. Bye! Wir brauchen nur noch vier Leute. Fährt der Zug zu den Malediven? Das sind vier. Perfekt! Leute, ihr seid auf eine brandneue Tour eingeladen. Diese Reise wird unvergesslich sein. Kommt mit! Leute, das ist unser Auto. Steigt ein! Gibt es auf dem Malediven Wi-Fi? Seid ihr alle angeschnallt? Wow! Hi! Sieh in die Kamera und lächle. Tanz! Was? TikTok? Dein Tanz gefällt mir. Du bist dabei. Keiner kann mich aufhalten. Los, Susi! Halt dir die Schlange nicht auf. Genial! Jetzt sind wir dran, Steve! Lass uns tanzen! Ein Trenniger-Tanz? Aha! Ihr könnt gehen. Gebt mir fünf! Nein, Spieler 2-1-8. Du bist nicht Trenniger-Luke. Du kannst nicht reingehen. Der Aufpasser mit dem Quadrat ist der süßeste. Oh! Ihr seid alle zur Geburtstagsparty eingeladen. Wow! Hier ist die Pilate! Pass auf! Süßigkeiten für alle! Herzlichen Glückwunsch! Puste die Kerzen aus und wünsch dir was! Jetzt geht's los! Puppe, kannst du dein Laser benutzen? Geniale Party! Ich hab zwei Murmeln. Sieh mal! Das gibt's nicht! Wie viele Murmeln hab ich? Zwei! Wie hast du das erraten? Okay, jetzt rate du! Warte, das ist echt schwer! Zwei! Nee! Ich hab noch zwei Murmeln übrig. Ich muss gewinnen! Oh, Steve! Du hast zwei! Danke, Mann! Meine letzte Murmel! Ich weiß, wie wir ihm einen Streich spielen können. Bist du bereit? Schau genau hin! Wo ist die Murmel? Unter diesem oder unter diesem Becher? Hi! Habt ihr sie gesehen? Kommentiert die richtige Antwort unten. Mit wem spricht er? Wollen wir weiterspielen? Hier sind deine Noten! So viele Sechsen! Professor, du bist eingeladen, das Spiel zu spielen! Was ist das? Du bist eingeladen! Du bist eingeladen! Wo sind wir? Und was machen wir jetzt? Da hat sie im Auge Puppe! Ups! Bye-bye, Professor! Es ist nicht meine Schuld! Das wollte ich nicht! Gut! Ich geb dir eine Eins-Plus! Hier ist deine perfekte Note! Danke! Mein neuer Instagram-Filter! Du hast einen Brief von deiner Mom! Wow! Das ist eine lange To-Do-Liste! Ich fang einfach mit dem ersten Punkt an! Sauber machen! Ja, es ist ziemlich unordentlich! Puppe, hier ist dein Besen! Fang an! Mach's sauber! Mach's sauber! Schneller! Ich rede mit dir! Was kommt als nächstes? Mädels! Ihr kommt mit mir! Jungs! Licht aufs! Security! Pass auf die beiden auf! Schaut auf diesen Bildschirm! Du musst alle bezahlen! Oh, stimmt! Wo ist unser Geld? Hier, das ist für dich! Und das ist für dich! Was willst du? Mal sehen! Hier, nimm die Chips! Ich bin müde! Willst du dich erstmal entspannen? Und er schreibt diese Dokumente! Okay! Und diese auch! Oh nein! Es gibt so viel zu tun! Ich brauch ne Pause! Sieh dir ihre Unterschrift an! Es ist nur ein X! Wir können es fälschen! Geniale Idee! Der Sicherheitsdienst verdient 100.000 im Jahr! Sie kommt! Was ist hier passiert? Leute! Habt ihr gesehen, wo meine echte Unterschrift drauf ist? Könnt ihr mir helfen? Kommentiert eure Antwort unten! Wir spielen Basketball! Wir spielen Basketball! Ihr müsst nur den Ball in den Korb werfen! Und los! Ich bin bereit! Komm schon, Ball! Au! Nächster! Das war easy! Steve, hilf mir! Bitte! Allein schaffe ich das nicht! Okay, Susi! Geschafft! Du wirst mich nie besiegen! Herausforderung angenommen! Ich bin der Champion! Mal sehen! Bingo! Ich hab genau den Schwarze getroffen! Hey, ich hab keine Süßigkeiten mehr! Aber ich weiß, wer noch welche hat! Ich nehm das! Danke! Was ist für meinen Tee? Und wie sollen wir jetzt diese Runde beenden? Nicht mein Problem! Ich hab ne Idee! Hallo? Lieferservice? Danke! Das ist perfekt! Sitz, steh, strehbar! Deine Aufgabe ist es, das ohne Hände zu essen! Ups! Mist! Du bist raus! Ja! Wir haben es geschafft! Alex? Der Keks steckt fest! Das wird ne Weile dauern! Warum bewegt sich keiner? Das ist so öde! Ich muss etwas Action hinzufügen! Hey! Beweg dich! Alex! Ich beobachte dich! Ich bin der Keks! 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 Oh ja! Ich bin der Keks! Ich bin der Keks! Wow! Was haben die vor? Regel Nummer 1! Nicht bewegen! Ich hab eine neue Regel! Tanzt bis ihr umfällt! Es kann losgehen! Das macht Spaß! Dreh die Musik auf! Tanzt weiter! Okay! Das Spiel ist vorbei! Lass uns gehen! Was? Wir sind fertig? Yay! Wie geht's meiner Kleinen? Ich werde sie anrufen! Oh ja! Wie läuft's bei der Arbeit? Sieh mal, Mom! Alles läuft super! Hey! Hilfe! Wir sind hier! Komm her! Wir sind hier! Komm her! Was ist denn da los? Warum schreien ich Security? Bye, Mom! Was macht ihr da? Hört auf damit! Oh! Ich glaub, ich geh besser wieder! Ist das ein TikTok-Haus? Meine Puppe? Das ist meine Chance zu entkommen! Das ist die neue Hymne unseres Spiels! Das gefällt mir! Oh nein! Fass mich nicht an! Ich bin wieder da! Was ist denn hier los? Fass! Fass! Freiheit! Ihr zwei! Raus mit euch! Hi, Mom! Wie kann ich dir noch böse sein? Du bist mein kleiner Boss! Es ist noch nicht vorbei!